Hallo und willkommen zurück zum nächsten wackelnden Kran von Let's Play Unreal. Die Knarre hatte ich irgendwie noch nicht vorher. So, was ist das jetzt? Was ist das jetzt hier? Hier geht's nach oben. Stimmt, hier war ich noch nicht. Cool. Äh, ich drück mal hier drauf und ich drück mal hier drauf. Und ich bin nach unten gefallen. Notfalltransporter offline. Koordinaten auf Nali Dorf eingestellt. 5 km vom kirchenförmigen Berg entfernt. Notfalltransporter, Gebrauchsanleistung auf 8-teiliges Transportfeld treten. Das System wird automatisch aktiviert. Nur dünn. Ah, jetzt sind wir draußen. Schnell mal speichern. Woher kommt? Oh, ich bin nach unten. Oh. Oh, ich bin bezieht. Oh, ich bin nehm. Oh, ich bin nehm. Das war's für heute. Warte, jeder mal druch hier. Endlich. Das ist ja ewig. So, warte mal. Hier gab es doch eine Taschenlampe. Genau. So. Und war Licht hier. Das ist ja. So, warte mal. Hier waren wir schon. Da gibt es noch das Ding hier. Die Hütte. Das war durch. So. So, 29 Fackeln habe ich schon. Schön. So, hier ist über hergekommen. Also geht es jetzt wahrscheinlich irgendwo hier lang. Wir können ja mal speichern, weil wir haben ja hier unser Trampetier hier erledigt. Das war jetzt das Schiff der Skarjay, ja? Was wir jetzt so sabotiert haben? Dass es quasi nicht mehr abhauen kann. Lustig. Hier sind die Sterne unterhalb der Wolken. Hier kommt doch noch so ein Textuidee. Ach, ne. Ach, ne. Ich bin jetzt für euch. Ne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich muss Schon praktisch das Ding, wenn man trifft Untertitelung des ZDF, 2020 Und tschüss Da werde ich wohl nochmal laden dürfen Geronimo So, na dann kann ich jetzt auch, wenn ich sowieso nochmal alt neu machen muss, kann ich auch hier mal lang Und mir die Muni hier holen Die ich nicht brauche Toll! Dann nehmen wir doch mal die Knifte Schon praktisch so eine hohe Auflösung Und vor allem hier gab es noch kein Motion Blur Ach! Und kein Lens Flair Schön! Nichts was die Sicht versaut So, ich sehe dich Ja alter, meilenweit daneben Würde ich mal sagen Ach ja Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer spricht hier? Hier ist ein Sonnenturm Wieder auf Nacht tippen Das Achtkugelgeschütz Erste Auffahrt Äh, warte mal Hier gab es doch Eben, hier waren noch Gänge Eeeet 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 Wer merkt man ihn tief an? Hinten Latsch Ehrenräume Dein Spiegel, Platten, Boden Na gut, ich meine, ihr könnt hier rüberfliegen Aha Die Sniper gibt es hier also doch Und die Kisten kann man zerschießen Das hätte ich mal vorhin wissen müssen In diesem anderen Türmchen Wiss Egal Wurscht Projizieren Gern geschehen Ja, Ehrenräume Aha Was für ein entzückendes Schimmchen Gernäume 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 So Wir gehen erstmal wieder hier lang Hier ist dunkel Scheiße Mensch Mensch Ich verlieh'n einer Tür runter Gernäume 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 So, von wo bin ich denn jetzt überhaupt hier hergekommen? War ich hier schon? Nein, das kommt mir unbekannt vor. Küche. Ich brauche mal ein bisschen Licht hier, wo ist eine Taschenlampe hier? Ein Ofen. Ich brauche mal eine Taschenlampe. 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 Wir schießen hier. Da oben will ich wohl noch ein Skatje hängen. Knopf. Drücke ich mal. Kommt was hoch oder kommt was runter? Das ist für nach unten. Okay, das gibt mir jetzt nichts. Wasserbehälter. Na, wo ist sie? Warte, ich habe keine Taschenlampe mehr. Scheiße. Ist ja auch nur noch unten. So ist ja diese komische Bühne, die ich in einer Tür höre. Ah, egal. So, ja, äh, keine Ahnung. Fahren wir nach unten. Hm. Das war's. Das die Alphabeten, bin ich faszinierend. 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 So, hier waren wir auch schon. Dann nehmen wir jetzt mal die andere Seite hoch. Das die Alphabeten, bin ich faszinierend. Die Alphabeten, bin ich faszinierend. Das können wir uns wieder aussuchen, wenn wir langklatschen. Was haben wir hier? Einen, den wir eventuell schon mal gesehen hatten. Die Alphabeten, bin ich faszinierend. Spawnen die? Oh, ich brauche mal ein Hearthback. War hier nicht eins? Ja. Okay, das war der Äußere. Wo führt uns der hier hin? Die Alphabeten, bin ich faszinierend. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, hier gibt es also nur Ausrüstung Okay, hier gibt es nur Ausrüstung Okay, hier waren wir glaube ich schon mal Erste Auffahrt, ja okay Ach das wie ich Pua Was ist das hier eigentlich für Fackeln? Die irgendwie nur ein paar Sekunden halten Naja, wie dem auch sei Hier machen wir dann im nächsten Video weiter Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis denn Tschüss